Gibt es etwa Baby-News bei Rio Ferdinand, 40, und Kate Wehreit, 27? Im vergangenen November gaben der Ex-Profi-Kicker und die Moderatorin ihre Verlobung bekannt. Seitdem soll der Sportler es kaum erwarten können, neben den Kindern, die er mit seiner verstorbenen Frau Rebecca Ellison, römisches Kreuz 34, hat, nun auch mit seiner Verlobten Nachwuchs zu bekommen. Ob die Turteltauben diesen Plan bereits in die Tat umgesetzt haben? Jetzt heizte Kate im Netz nämlich ordentlich die Gerüchteküche an, Grund für die Spekulationen, in ihrer Instagram-Story veröffentlichte Kate kürzlich ein Foto von mehreren Hautpflegeprodukten, daneben standen unter anderem die Worte, Schwangerschaftskuch, geschrieben. Doch bei genauerem Hinsehen wurde schnell klar, die Cremes waren nicht etwa für Kate selbst gedacht, sondern als Geschenk für ihre beste Freundin Sarah Jane, die nämlich schwanger. Ist, bei dem Foto handelte es sich um einen Screenshot vom Kanal ihrer BFF, die sich mit dem Pick also nur für die Geschenke bedanken wollte. Laut eines Insiders sollen Ryu und Kate aber schon genau ständig geplant haben, wann es mit dem Familienzuwatz losgehen soll, sie wollen eines sofort nach ihrer Hochzeit, verriet der wehtraute The Sun. Es wird wirklich bald Baby-News von den beiden geben? Einfach E-Mail an, tipsitpromiflash.de Bis zum nächsten Mal.